Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Maximilian Reine Lott gewann mit dem Ruder 8er 2012 Gold bei Olympia Urheberrecht. Getty Images Ruder Olympiasieger Maximilian Reine Lott stirbt am 9. Februar in St. Moritz beim Langlauf. Punkt. Erst jetzt wird bekannt, woran der 30-Jährige gestorben ist. Punkt. Erst jetzt wird bekannt, woran der 30-Jährige gestorben ist.